L-E-X-Löcks-Heh. Das, das hat nicht funktioniert, das ist ein toller, das ist, boah, Alter, das ist voll schwer, ah, wo bin ich, was ist denn das, für eine Scheiße, hallo, ich spiel das Game jetzt durch. Genau. Oh, das ist voll der Aim-Trainer, Achtung. Nein, nein, ich hasse doch, Mann. Nein, was ist das, wo bin ich denn, warum ist das ein Burger, ich dachte, wir spielen Bohne, ohne das Spielweite spielen, nicht Hamburger. Ham, 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 okay, wie funktioniert das Level, geht das überhaupt? Boah, wowowowowo! Bitte! Wo bin ich denn? Ah, ja! Ich bin, guck mal! Ich bin einfach bei Unity diese Standard-3D-Figur. Nice! Ich mein, bei CYBERPUNK. Ich fühl mich wie Spider-Man. Scheiß auf Spider-Man No.. Ne... 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 ne, ne... Scheiß auf Spider-Man No Way Home. Spider-Man für die PS5 oder PS4 oder von mir aus auch PS3, die alten Teile. Spielbien... und das ist der Quality Content. Für den ihr hoffentlich abonniert habt, wenn nicht jetzt nachholen, ihr receive Abonnement, you receive quality content. Und jetzt weiter gucken. Hey. Ja, Level geschafft. Ach, man kann springen. Warum ist Level 2 einfach als Level? Ist das das Level? Das ist das Level? Waa, waa. Finde ich nicht witzig. Was ist das? Was ist das für ein Game? Und warum spiele ich das noch? Oh mein Gott, es ist Cube the Game. Ich habe gejoked. Ich habe schon wieder gejoked. Habe ich da jetzt runtergefallen? Rage Grid. Mittag? Ich kann nichts dafür. Das ist die frustrierende... Die frustrierendste... Die frustrierendste Scheiße, die ich in meinem Leben hier gespielt habe. Das ist so ein Spiel, man verliert eine Wette und als Bestrafung muss man dieses Spiel spielen. Was? Hallo? Hey, ich komme nicht aus den Settings raus. Oh mein Gott, heiß warm. Lass mich nicht nochmal alles neu machen. Bitte nicht. Nein! Oh maaaannn! Guck mal, jetzt hier first try. Achtung. Fuck! Bersos, könntest du ein besseres Game machen als das? Also ich meine, mit derselben Mechanik. Es spielt sich so, wie es aussieht. Es ist ehrlich das schwerste Spiel, das ich in meinem... Ha! Es ist nichts gegen Deepest Sword. Es ist so viel schwieriger und nerviger als... Ha! Deepest Sword. Das hat das Spiel mit mir gemacht. Das. Ich dachte, es geht nicht schlimmer als Deepest Sword, aber doch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, ey, ey. Ha! Na! Ich drück doch. Ja! Nein! Ja, 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 ja. Ich verstehe nicht, wie es gehen soll. Hm. Lex wird sauer. Ist aber auch unfair, ne? Ich hatte das Level geschafft. Alter, Schwede. Ich verlasse gleich diesen Raum und komme nie wieder. Wie ging das vorhin? Ich habe hier noch einen kaputten Controller. Ich baue den gleich live im Stream auseinander, wenn es so weitergeht. Ich spiele Hamburger das Spiel und kann nicht mehr. Es macht mich psychisch fertig gerade. Ich verstehe es aber auch nicht. Ich bin genau drauf und drücke... Links-Klick. Aber es ist... Ne, ei. Ich wollte heute ein Spiel mit 50 Millionen plus Downloads spielen. Und jetzt spiele ich das. Wie komme ich da ran? Es ist Bohnen. Bohnen. Es ist schon wieder passiert. Hilfe! Ich mache sonst was kaputt. Ich mache sonst was kaputt, was ich nicht kaputt machen möchte. Irgendwas geht kaputt, was nicht kaputt sein sollte.